Ja, hier sehen wir mal das Extrembeispiel, was sich auf jeden Fall ändern muss in der Verkehrswende. Das ist ja noch die B1 in Dortmund und die wird halt hier kurz hinterher direkt zur Autobahn. Ich glaube A41, genau. Links neben mir ist der alte große Hauptfluthof hier in Dortmund. Was man einfach sehen kann ist, wie wenn so eine Bundesstraße, beziehungsweise die soll ja auch ausgebaut werden noch zur Autobahn, hier auch noch. Viel Spaß für alle Anwohnern. Ein Extrembeispiel ist, hier diese alten schönen, knorrigen Bäume, hier diese fette Straße. Und hier hinten, kommt jetzt gleich, ich hoffe ihr könnt mich überhaupt noch hören, der Haupteingang. Alter, das ist ein Wahnsinn. Wie hat sich so ein Scheißhaus gedacht, echt? Boah, ich kann es echt nicht verstehen. Ne, vor allem ist halt jeder alte historische Eingang. Und der ist dafür, also, naja, fährt auch die Straßenbahn. Das ist doch nicht schön. Wahnsinn, ne, echt. Ich fall vom Glauben ab. Das ist doch echt ein schöner historischer Eingang. Mit der lauten, schlimmen Straße hinter mir. Das ist Wahnsinn. Wer denkt sich so einen Quatsch aus? Vor allem echt, war mal schön hier. Ja. Habt ihr gut hingekriegt. Ja, und dann werden wir noch die B1 schönste Autobahn ausbauen, anstatt sich das hier generell mal zu überlegen, ob das überhaupt hier eine tolle Idee ist. Mein Mann, okay. Ich schau mal, wie es geht jetzt hier an. Der soll zumindest ganz schön sein, hab ich dir sagen lassen. Aber der Eingang hier, ne, geht gar nicht.